Hallihallo Netz! Willkommen zu Zeit für das nächste Luftschloss. Luftschiff, nicht Luftschloss. Na, was auch immer. Hauptsache Krieg. Oh, Bomben. Oh, Tod. Und ne Münze. Vielleicht hätt ich in den Hintergrund gucken sollen. Man weiß es nicht, man munkeln nur. Lauf Mario. Sei vorsichtig Mario. Ah, das zielt ja das Ding. Mal aufwand zu zählen. Ist ja gemein. Mal auf mich anzugucken. Blödes Ding. Aha, sie wieder ein Tod, den ich entdecken soll. Wow, ein Pilz. Wie wundervoll. Ich brauch mehr große Münzen. Ich hab jetzt eine gefunden. Komm, explodier doch. Oh, ja Blume. Pepepe. So, ich hoffe hier bin ich sicher. Ja, sieht gut aus. Oh, das war nicht weiter. Oh, das war nicht weiter. Gehen wir mal da rein. Oh, wow. Aber mit fehlt mir noch eine große Münze. Die es nicht hier gibt. Naja. Ja, ja. Ich töte dich. Und. Aua. Arschi. Der lässt nur Röhre erscheinen. Vielleicht finde ich die letzte Münze ja hier irgendwo. Ich hoffe mal. Ah, ich hab ne Idee. Tihi. Das Nintendo auch die Geheimnisse am gleichen Ort verstecken muss wie vorher das Leben. Naja. Damit hätten wir das nächste Luftschloss. Yay. Äh, Luftschiff. Wuhu. Und wieder mal ein Leben. Brauch ich unbedingt. Speichern und geschafft. Welt 4. Aber erstmal ein Brief. Oh, welch ein Schock. Peach denkt an mich. Das heizt uns doch an, mehr Münzen zu sammeln. Und da war ein Maulwurf. Habt ihr ihn gesehen? Ich schon. Und was haben wir hier? Let's go. So, gucken wir mal, dass wir hier nichts verpassen. Oh, Geld. Gebt mir Geld. Gebt mir Geld. Und Leben. Gebt mir Geld. Und Leben. Hm, hättest die Komma von Anfang an geschafft, hättest bestimmt wieder ein Leben gegeben. Oh, ne Feierblume. Nett. Allerdings hab ich noch keine große Münze gefunden. So, wo ist Toad? Was soll ich denn damit? Ist hier noch irgendwo noch ein Toad? Oh Gott. Scheint mir nicht so. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das schon wieder. Oh. Ich will das nehmen. das sieht gut aus das war die erste so kann ich doch beruhigt weiter wandern oh da gehts wieder in den himmel also ist da die nächste oh gott ich hasse diese wolken wo man nicht genau weiß wo man jetzt gerade dran ist ok da vorne ist die münze vor allen dingen hasse ich die ansicht dass man hier nicht mehr den boden sieht eventuell ok die zweite münze hätten wir und da links ist eine kanone nehmen wir die doch mal ok damit hätten wir einfach mal so alle drei oder waren noch alle drei damit wäre die welt hier ja quasi schon geschafft oh die zeit läuft daran macht nichts geschafft oh gar nicht so viele bonusminzen wie viele leben habe ich denn 56 oben rechts stehts ja jetzt nur 56 leben ok damit hätte ich die münze und noch alle anderen und mein anzug verschwendet schöner mist äh ne dunkelwelt ok gucken wir mal was sich dahinter verbirgt komm komm gib her das ist auch nur einmal du Arsch ok da hinten ist schonmal was versteckt Hallo? Das war ja nicht mal eine große Münze. Das ist ja immer noch machbar alles. Uh, was macht das? Ähm. Okay. Das war witzig. Stimmt, 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 stimmt. Und was ist hier unten? Die erste Münze. Yay. Damit hätten wir die erste Münze. So, ein bisschen fokussieren. Eine zweite Münze war vorhin schon mal zu sehen. Das müssen wir bedenken. Sprech, da geht es entweder gleich links irgendwo runter oder aber. Wir müssen nochmal zurück. Das hier sieht vielversprechender aus. Ich will erstmal hier die Box aufmachen. Sterbt. Yeah. Sterbt. Oh, ich hab was ich da machen musste. Und die dritte Münze. Und die dritte Münze. Alles gar nicht mal so schwer, weil man Nintendo kennt. Und hier ist das Ziel. Was macht hier der Block jetzt? Okay. Oh, nicht nach ganz oben dran gekommen. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. So, ich besitze zur Zeit wie viele Münzen? Siebenfünfzig. Und bräuchte dreißig. Ja, die hab ich. Los, zeig was. Ach du scheiße. Okay. 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 Das war die erste. Und jetzt spiel hier. So ein Anzug. Okay. Okay, hier die Welt geht wohl was herter als bisher. Aber gucken, wie wir das meistern. Sollte ja klappen. Ich meine, ich erzähle ja immer, dass ich Nintendo kenne und dann solltest du sowas hier auch kennen. Fick dich. Wow. Wow. Ich brauche das jetzt nicht im Ernst, diesen dämlichen Anzug, den ich eben direkt verloren habe, oder? Geht doch! Geht doch, was ist hier drin? Ein Stern. Den ich vielleicht auch einfach direkt hätte aufsammeln können. Ach, zweite Sternmünze. Zauber! Ich wollte gucken, ob da oben was ist. Warten wir hier ab, bis das hier verschwindet. Alles klar. Hm. Oh, da. Okay. Alle drei. Und die roten Münzen interessieren mich im Dreck. Wäre auch zu schön gewesen. Egal. Schnell mal Taut finden. Gib die Münze. Alles klar. Gleich müsste sie ankommen. Da ist sie. Vielleicht sollte ich mich ja doch für die roten Münzen interessieren, wenn ich nie mehr sterbe. Aber das ist easy. Easy. Wer braucht schon einen Tanuki-Anzug? Der braucht das schon. Speicher-Vorgang abgeschlossen. Speicher-Vorgang abgeschlossen. Boah. Geisterhaus. Das wird geil. In der nächsten Folge von Super Mario Land 3D. Oder so. Irgendwie so heißt das Spiel.